Guten Zwerg mal heute, kommt zurück zu Curbys Adventure. Im letzten Bad haben wir ein paar Level gemacht, und jetzt machen wir weiter im League Liberal Paradies. So, und ich... Wieso bin ich am Verrecken? Aua. Ich bin hier gerade am Verrecken? Keine Ahnung, was habe ich in dem letzten Bad angestellt? Keine Ahnung, was denn auf einmal so, ne? Psst. Splat. Splat. Ne Cola, ja, ne Cola. Very nice. Gut. Hey Bic, hey, wie viel Geld bekommst du, dass du Coca-Cola erwinnst? Ihr wollt's wissen? Keinen Cent. Fuck yeah. Schlitz. Splat. Und deine Tür. TikTok. Ich nenn ihn TikTok, weil ich's kann. Ja, ich... 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 Beste... Ich... Ich... Wirklich... Beste... Arrrr. Okay. TikTok, ich bin hier ohne Waffe. Sag, was du kannst. Bam. Was willst du machen? Wow. Das war ein Fail. Oh nein. Er wollte... Er will... Er will mich aufwecken, obwohl ich schon wach bin. Bam. Okay, ein Hit noch und TikTok ist tot. Und dann bekomme ich Karaoke. Und bam. Gib mir deine Karaoke-Fähigkeit. Yeah. Ja. Also ehrlich gesagt brauche ich hier Licht, oder? Ich benutze es einfach Karaoke, damit ich's nicht verschwende und... Wo ist der Lichtgeist? Ich hab Angst. Da ist der Lichtgeist. Ähm, ne, ich beben. Boah, das war knapp. Ich bin... Pff. Dodge. Okay, jetzt will ich aber wissen. Was bringt sich Licht außerhalb von dunklen Areas? Wenn es sich überhaupt was bringt. Mal schauen. Wow. Es bringt sich diddly dick. Ah. Okay, let's pound it. Oh mein Gott. Äh. Hä? Ja, was hat sich das jetzt gebracht? Oh mein Gott. Hä? Hä? Ähm, okay. Dieses Puzzle ist mir zu hoch. Hi, Charm. Okay, nicht hi. Bäh. Krasse Scheiße. Oh, mir wird auf Twitter geschrieben. Schön. Mache ich aber grad eine Aufnahme, also kann ich nicht nachschauen, weil ich sonst draus tappen müsste. Naja. One up. One, 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 one. One up. One, one, one. Up. Dillibibu. Gut. Und der Boss. Wunderbar. Kracko! Wie geht's dir? What the... Okay. Ich glaube, das ist ein Rennen gegen Kracko erstmal. Keine Ahnung, warum ich hier mit Kracko hochfliege. Ah, Kracko. Flieg doch, Kirby! Los! Oh Gott. Kracko ist hier! Habt ihr das gehört? Das war meine Hand, die mein... Die mein... Wie heißt das? Keine Ahnung. Kann ich nicht einfach pflegen? No. Cheater, Hacker, Loop. Kracko, geh weg! Oh. Ach, deswegen sollte man nicht fliegen. Krass. Aua. Tschüss, Kracko. Du bist Krack. Oh. Okay, aber jetzt kommt der Fight. Ja? Ich liefere mir jetzt einen fetten Fight mit Kracko, Leute. Kracko, ich bin so... Ich bin so... Knapper Shit. Ich bin so... Aber ich muss mal... Den Supersprung an ihm machen, weil ich sonst... Ich will jetzt... Neee... Okay, mal schauen... Krass. Geh weg. Nein, 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 nein. Du killst mich nicht. Kracko. Das könnte knapp werden noch, Leute. Na. Mitten ins Auge. Natürlich. Götterspeise da. Oben. Maxi-Tomate. Ja. Ja. Nein. Aber Kirby. Gut. Gut. Ich bin dumm. Ah, Schwert. Mein Liebling. Komm her. Jetzt kann ich viel Schlitz machen. Pilz. Oh mein Gott. Amok. Ich lauf gleich Amok. Und Achtung, jetzt kommt der Atheon und sagt, Amokläufe. Ich liebe Amok. Cola. Aua. Er hat sich jetzt voll was gebracht. Schwert. Hallo Schwert. was ist da da unten ist doch was ich sehe es doch und eine kohle dazu ach komm nehm ich halt frost das ist immer so knapp mit mir ich fraus durch es ist besser als frost für mich schon das ende okay okay ich würde sagen das mini spiel machen wir noch und dann ist der part vorbei kürbikran die untergekommen los los grebe ihn grebe ihn grebe ihn grebe ihn ja 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 mal schauen können wir den fetten holen können wir den fetten holen komm schon ich will an johu wir schaffen das hören oh gott nein nice geil vier ab okay ich würde sagen im nächsten part machen wir da weiter mit nummer zwei ich glaube ich freut sich schon drauf ne okay bis dahin auf wiedersehen